Was angeht und und und. Bist du zuhause oder? Jawoll! Wir haben Dori! Was gedacht meine Freunde wir sind wieder in aller Munde und es ist wieder so weit Überraschungseier öffnen. Yes sir! Wir haben schon mal 20 Überraschungseier mit welcher Edition? Frozen Edition. Frozen Edition geöffnet und da hat Kran gesagt, Freundchen, warum hast du die Mädchen-Variante hier? Heute 10 Überraschungseier mit Findet Dory. Wen? Dory. Wer ist Dory? Ach, die von Findet Nemo. Ja, genau. Was nochmal Findet Nemo? Nemo ist ja dieser... Wer ist Dory? Dory ist die Vergessliche. Dory, ach, Vergessliche, kenn ich gerne. Wer ist Dory nochmal? Dory ist die Vergessliche vom Clownsfisch, der Freund. Ah, okay. Von welch? Ah, von Nemo. Von wo Findet Dory? Ja, genau. Alles klar, Leute, es geht los. Es geht los. Yoshi als Gastgeber heute, der hat die lieben Eier besorgt. Der besorgt ja sehr, sehr gerne Eier. Touché. Das ist das erste Eiöffner. Danke. Du bist ja so ein Eieröffner. Dusch. Willst du es nicht vielleicht hier öffnen? Ah ja, stimmt. Ich war gerade... Das ist aber nicht im Sinne eines klassischen Unboxings. und Boxing. von Boxing Ja, ich hab drauf gewartet, dass er es den Gruben raus lässt. Ist die... Die sind geschmolzen, ne? Die werd ich aber nicht essen. Kommt weh. Können wir danach nochmal nen Kühlschrank fühen, würde ich sagen. Ja. Ich esse aber ein. mal gucken ob was vom finding dory rauskommt sieht nicht nein wir haben ein skateboard ok fang ich mal hinten an so 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 ja ist ja gut mensch jetzt noch diese finger bohrt jetzt hier habe ich mal hart gefeiert früher mal gucken was wir hier finden werde nein schade befinden kein fisch sondern ein bieber okay das ist so okay schokolade ist schon geil also die schule hat um eine frage so kann man sich für next one um to the next one das ist nein so leider nicht irgendein auto muss hier schade ich war das mal kurz zusammen in der zeit kann kann ja auch krass echt geschmolzen ich weiß auch nicht warum gleich noch mal ein kühlschrank dann sollte das eigentlich klappen so vielleicht jetzt was vom finding dory ich hoffe es ja es ist dieser oder wie nennt sich das dinge ist glaube ich ein heiler mehr aber ich weiß auch nicht richtig zusammen bekommen gibt er denn ich muss den rein drehen irgendwie sowas ich versuche mal hier hinter der kurze meinen motorrad ja sehr cool haben wir schon mal ein erwischt jetzt hier das ist steht was dazu müsste aus dem namen stehen hier finding dory damit wir es noch mal haben der wahl heil destiny der wahl heil okay sehr cool also eine figur haben wir schon mal weißt du ob der film schon im kino noch nicht hier in deutschland glaube ich noch nicht okay findet nemo der war schon echt witzig der film einer meiner kindheitsfirmen muss ich sagen also jawoll wieder was ja doch nach nemo aus oder das ist nemo oder kann man seine flosse zeigt man hier seine andere flosse ja ja das ist nemo vorhin habt ihr gehört kann ist ein insider denn nemo hat ja eine kaputte flosse ich habe ich konnte mich daran gar nicht mehr erinnern ja der nemo der unternehmenslustige clownsfisch sehr geil zwei heißt du denn nemo das ist schon mal eine gute ausbeute bei zehn eiern zwei stück ja es heißt ja in jedem siebten ei eigentlich genau also so standen die chancen eigentlich nicht 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 so hoch aber der joshi hat hier die richtigen eier ausgewählt ne das ist hier irgend so ein fad bis ein traktor ok packe ich auch direkt hier rein dann will ich jetzt gerade gar nicht zusammenbauen um ehrlich zu sein denn ich bin noch auf der suche nach dori wir wollen ja dori finden finding dori heißt es ja so schön und das ist ist es dori nein aber es ist wieder was ist es ja wohl jetzt die dritte figur wir sollten lotto spielen heute denn unsere chancen stehen sehr gut hängt der siebenarmige octopus ich mach mal das nächste ding auf das wird heute abend aber richtig kinderüberraschungs flash bei uns auf jeden fall so nein ich sehe hier wieder ein auto uninteressant uninteressant wack 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 hank so dritte figur noch zwei figur zwei eier ich mach mal jetzt meins als erstes auf wenn es wirklich in ordnung ist natürlich bin so ungeduldig was das angeht und 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 das sieht so aus oder kann mich nicht halten wir haben dori gefunden krass und ausbeute das hätten vielleicht bekommst du ja auch noch ein das wäre aussehen das wäre brutal dann schon fast okay alle noch nicht aber wie gibt es denn insgesamt er hat man habe ich den otter eben hier raus ist das nein das sind lieber na ja ja das was anders aber wir haben dori gefunden hier jetzt wollen wir es euch auch mal zeigen und die können sich so cool bewegen hier das ist baby wir haben wie viel fünf figuren aus zehn eiern das ist brutal 50 prozent das ist ja mega geil kann drauf drücken hier so sieht er aus was so ein wasser raus ja dann würde wasser rauskommt glaube ich mega cool schaut euch das an wir haben jetzt schon wen haben wir destiny wir haben hank wir haben nemo wir haben dori und wir haben baby es fehlt eigentlich nur noch die krabbe der otter und marlin der vater von nemo und dann werden wir schon komplett ey wie wärs nächste video nochmal zehn eier öffnen würde ich sagen würde ich sagen was sagt ihr leute schreibt in die kommentare und abonnieren nicht vergessen was sagt ihr zu unserer ausbeute heute also mega ich freue mich mega so wie wir gehen jetzt roto spielen also bei frozen hatten wir nicht so viel glück ich glaube da kam aus 20 figuren wie viel zwei drei also versucht mit den dori eiern nicht mit der frozen edition ich glaube da kommt ein bisschen mehr raus genau freunde wenn euch das video gefällt macht du es ruhig nein wir machen zusammen machen zusammen wenn euch das video gefällt wenn euch das video gefallen hat